Auf geht's in Runde Nummer 3. Jetzt machen wir was. Habt ihr gar keinen Bock drauf? Ich hab voll Bock. Okay, wo hast du keinen Bock drauf? Okay, ja. Ich glaube wir gehen einfach da hoch. Da ist nämlich der Freefall Tower. Und was machen wir da? Ja, das wäre jetzt so einfach, wenn ihr nur fahren müsstet. Ihr kriegt von mir Begriffe. Und mit diesen Begriffen geht ihr auf diese Attraktion drauf. Also ihr kriegt die natürlich nicht per Hand, sondern ihr müsst die im Kopf behalten. Wahnsinn, ne? Du weißt, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie im Freefall Tower war, oder? Und dass ich das auch nie in meinem Leben machen wollte. Mi, 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 mi. Ja, auf jeden Fall werdet ihr diese 10 Begriffe bekommen. Fahrt da hoch. Dann kommt ihr wieder runter. Habt diese Begriffe hoffentlich noch im Kopf. Und wenn ihr die dann noch im Kopf habt, sagt ihr mir die da. Wer mehr Begriffe hat, gewinnt das Spiel. Und damit auch viele Punkte für euch Zuschauer zu Hause. Oder halt für den Tuber, der ja gerade nicht auf der Bühne steht. Für die Tuber, für den Tuber. Ja, los geht's. Leute, ich fang an. Hört mal mich, ja. Kim hat noch ein bisschen Panik. Nein, überhaupt nicht. Wollte ich das in meinem Leben niemals tun. Kim, du musst auch mal über deinen Schatten hinaus. Wisst ihr, wisst ihr, da merkt man den Altersunterschied. Du weißt ja, so ne Göre. Erwachsen. Total seriös. Göre Seriös. Ja, in den A. Hallo, das hören Kinder. You know what? I think we're gonna be friends. Special friends. And when I'm with friends, I like to have fun, 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 fun. So, Sven, das sind deine Wörter. Nimm schon mal in die Hand. Okay. Und deine Zeit startet jetzt. Eine Minute. Nimm schon mal in die Hand. Und deine Zeit startet jetzt. Eine Minute läuft. Alter, bist du assi. Superkalifragilistik, expi-allergetisch? Tanzen, weil... Und STOPP! Jetzt, 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 jetzt... Red, warm, fies! Tanzen, weil... Tanzen, weil... Ich hab so doll Angst. Wirklich so. Ey, guck mal, die darf mit der Kamera. Fuck, Alter, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen. Okay. Haus, Achterbahn, Katze, Elefant, Superkalifragilistik, expi-allergetisch, Mütz, Geld, Salz, Wall, Tanzen. Eins fehlt. Scheiße. Eins fehlt. Welches fehlt? F*** dich rennen. F*** dich richtig hart in den Arsch. Der kann auch nur unfair spielen, der Küh, ne? Es geht gar nicht ohne. Ich hab so Angst davor. Ich hab so ne Angst vorm Fahren. Du glaubst es nicht, ne? Mir geht so die Muffe. Ich hab so Angst, Leute. Es ist unfassbar. Ich hab gar nicht glauben, wie viel Angst ich sehe. Danke, Leute. Das war's mit meiner Moderationskarriere. Alles für den XXL-Tuber-Day aufgegeben. Meine Patientenverfügung liegt bei einem Notar. Guckt in meinen Paumani rein. Erben tut eh keiner was. Außer Schulden. Jimbo kriegt alle meine Schulden. Das ist mein endgültiges Testament. Ich hasse sie alle. Oh Gott. Ich hasse euch alle. Wirklich doll. Immer gegen die Regeln. Warum mach ich das? Immer gegen die Regeln. Ich wollte so was niemals in meinem Leben machen. F*** dich. F*** dich. Und F*** nein. Kann ich noch nein sagen? Ich hasse dich. Ich möchte auch nicht. Ich hasse dich. F*** dich. F*** dich. Und? Ja, kannst mich mal. Ich hab ein bisschen Panik. Sind wir schon da? So ab jetzt wird das Video langweilig. Ich mach die Augen zu. Ich kann das nicht im Moment sehen machen. Ich kann nicht sehen. Guckt euch den View an. Ich werde ihn nicht sehen. Ich möchte das auch gar nicht sehen. Ich werde diesen View nicht sehen. So wir machen das nochmal. Alle zusammen. Achterbahn. Hau. Katze Elefant. Supercalifragilistik. X wie allergetisch. Salz. Münzgeld. Tanzen. Wal. Oh Gott. Ich hab kurz die Augen aufgemacht. F***. Es ist alles gut. Ich meditiere jetzt. Die Augen sind zu. Die Augen sind zu. Hau. Achterbahn. Katze Elefant. Supercalifragilistik. Allergetisch. Salz. Münztelefon. Tanzen. Münz. Geld. Tanzen. Ball. Es passiert überhaupt nichts. Es ist alles gut. 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 Ich hasse euch. So können wir das eben machen. Ich hab alle Wörter. Wo ist die? Wo ist die Kim? Achterbahn. Haus. Elefant. Katze. Telefon. Münzgeld. Salz. Tanzen. Ball. Und Supercalifragilistik. Kann ich nicht aussprechen. 9 von 10. Das ist nicht schlecht. Lasst mich raus. So. Ihr ... Achterbahn. Haus. Elefant. Katze. Supercalifragilistik. Expialergetisch. Telefon. Münzgeld. Tanzen. Ball. Salz. Alle 10. Leid. Je besser hier. Mann ey.